Ey, Jungs, jetzt kommt ihr mal kurz zusammen. Ihr haltet jetzt alle die Fresse im Funk. Jetzt kommt ihr erstmal zusammen, ich will jeden Mann hören. Wirklich, jedes Mal, wirklich. Ich hört mal auf zu stressen. Kommt jetzt erstmal zusammen. Ganz einfache Geschichte. Ich sag, wann es losgeht. Wo sind denn alle? Sind das alle hier? Wer will dann gleich Kohlen? Ines oder Ding? Jürgen. Ines. Kohlen, Ines. Ines, komm mal her, Ines, mit Levi. Komm mal her, Ines und Levi. Ich hab die Fahrzeuge ready gemacht. Eigenständig, okay? Jeder stattet sich aus. Eigenständig, okay? Wenn jemand was nicht auslagern kann, wird der andere dem helfen. Aber ich will nach diesem Gespräch, dass eigenständig... Ihr seid alle erwachsene Personen, okay? Ihr habt etwas im Kopf. Ich hoffe, ihr habt alle einen Schulabschluss. Okay? Ihr geht... Ist mir scheißegal. Ihr geht danach, okay, an den Lager. Holt eure Sachen raus und eigenständig eine Kolonne bilden. Autos rausholen, okay? An den Auspark gehen. Ich will nicht gleich zwei oder drei Fahrzeuge sehen. Ich fahr mit Bobby. Zweierbesetzung. Ich möchte keine Dreierbesetzung. Ich möchte eine Zweierbesetzung. Hört mal genau zu. Weiß einer genau, wo die ist? Wo der Standort von Dennis? Von wem? Äh, Papierfabrik. Papierfabrik? Okay. Der ganze Schrottplatz gehört eben, ne? Der ganze Schrottplatz. Okay. Ihr müsst eine Sache wissen. Ähm... Wollen wir reden? Oder wollen wir direkt vernichten? Bruder, ich glaube erst mal, wenn du... Wieso nur was geht, Houdini? Houdini, du warst auch um 9 Uhr dabei. Also... Okay. Dann, äh, wenn Schrottplatz... Hört mal zu, wenn Schrottplatz denen gehört, wir werden uns erstmal nicht ankündigen, wir werden von... von oberen... oberen Seite fighten. Das heißt, wir nehmen nur die Brücke ein. Ich bitte darum, einfach mir zuzuhören. Wenn ich sage, macht das, dann macht ihr das. Aber sonst nicht, Bruder. Auf, wir fahren los. Und Jungs... Eine Sache will ich euch sagen. Wenn wir den Schrottplatz haben... Der Hedia... Wenn ihr wollt, könnt ihr auf dem Turm zwei Leute landen lassen. Wisst ihr welchen Turm ich meine? Jaja... Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr dort Leute rauslassen. Oder ihr donnert die so weg. Was ist das Auto, Bruder? Wer ist das? Wer ist das? Einer hat geschossen. 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 Wir sind das Auto links von euch jetzt. Ja, damit ihr wisst. Wer war denn im Auto? Schei andere. Keine Ahnung. Auf wie war der gespottet? Läuft ihr rein? Wir laufen aber nicht rein, wir war... Passt jetzt auf auf die Gäste. Die haben gefunkt, dass wir kommen. Die sind drin, im Auto. Also wir schießen jetzt, ne? Wir fangen jetzt an. Ey, Bruder ich habe schon draußen geknallt. Hol´ mit der Nersch. Ich hör´ die Wanne, ne? Ja die sind da drin, ne? Die ist hier drin. nicht aufmachen sind wir doch okay machen was anderes wir können auch ich bin dein patron du musst mich beschützen wir wissen die linke seite An der Tür, wo? Hab ihn. Oh, sie geht nicht auf die Tür, Arda. Guck, 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 guck. Ist die oben zu, die Tür? Oder hier oben. Komm, 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 komm. Jungs, oben, Tür, oben. Okay, dann geh vorne rein, Bruder, wir warten. Erinn. Warte, wollen wir dich auch reinrennen? Das gibt dicke Ärger, dass du reingelaufen bist. Ich bin da rein, Bruder. Ich bin da rein, ich bin da rein. Ui, ui, ui. Jungs, wo ist das? Ich hab noch einen. Komm. Rein, rein, komm. Wir müssen so viele unten. Gut. Ami, wo bist du? Ich hab... Hey, irgendwer schießt. Wir gehen von oben rein. Hännis, zurückkrieg von oben rein. Hännis, ich drück dich. Unten, 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 unten. Schicht, schicht, schicht. Unten, 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 unten. Schicht, schicht, schicht. Unten, 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 unten. Unter dem Teil noch. Hey, Bruder! Ich hab seinen Kopf nicht mal gesehen, ja. Ich hab noch einen. Komm. Rein, 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 komm. Bei mir sind so viele unten. Oh mein Gott, wie viele. Wo? Ami, wo bist du? Ich hab... Nein, Bruder. Ich kann nichts machen, Bruder. Er rafft das nicht. Bitte rede doch. Bitte rede doch. Ich hab dich hier grad gesehen. Da kommt noch rein. Also von uns. Das ist Asim. Auf wen schießen die da? Bitte. Ich geh hier lieber raus. Hey, nicht, dass die Jürgen bei dem Zeitgang haben und rausgehen oder so. Bruder, hier kannst du die Tür aufmachen, ja? Aber was macht er da, ja? Der hat Schüsse, der bleibt erschienen. Hier liegen zwei von uns, aber viele von denen, ja? Ja. Hey, bist du da drin? Ich fang den da draußen, ne? Ja. Ist das Polizei? Ist das Polizei? Hilf uns, wir stabilisieren. Was ist das? Ja, SPD, schieß sie, schieß sie, schieß sie, schieß sie, nicht schieß sie. Ja, PD stabilisiert die Leute. Hey, draußen ist PD, ne? Die nehmen Leute mit einfach, Bruder. Hey, PD stabilisiert die Leute. Hey, PD stabilisiert die Leute. Geh jetzt runter und sag denen, ob sie den Ding lassen können. Komm, wir stabilisieren die alle. Wir schießen gleich gegen den ganzen Server, keine Ahnung was hier passiert. Rechter Anger, rechter Anger, rechter Anger. Bitte peek, wenn du ein Mann bist, du MC. Peek, 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 peek. Links, links, noch einer, links. Anderer Anger, anderer Anger, warte. Oh, bitte, bitte, bitte. Wir holen den, wir holen den jetzt. Ich runter. Er ist vor mir. Ja, was denn? Obe, gel, obe, gel. Wir gehen. Ah, können wir nicht. Alles gut, der liegt, der liegt. Ach, schadang, ach, schadang, ach, schadang. Dein Bruder, mein Bruder, der braucht Hilfe unbedingt. Jetzt tut alles gut. Aber Dings hier, war das der letzte Jahr, ne? Das war der letzte Jahr. Ja, dann lassen wir unsere Jungs schnell schaffen. Das ist übrigens nicht Rough Riders, das ist irgendeine andere Familie, ne? Wir haben kurz zwei Familien geknallt. Was ist passiert? Ich habe nur gesehen, hunderttausend Leute haben euch attackiert. Ähm, wir hatten, äh, wir sind zu Rough Riders. Wollten sie an die Wand stellen. Und auf einmal haben wir gegen den ganzen Server geschossen. Irgendwie waren alle da. Ja. Ach so, hatten die gerade Besuch? Mhm. Irgendwie waren da überviele in der Nähe. In dem Moment. Als erstes war da komplette Ruhe. Und während dem Fight ist auf einmal, äh, Sinalor, glaube ich, noch vorbeigefahren. Und dann dachten wir, das sind die. Dann haben wir auf Sinalor geschossen. Und dann haben wir gegen Sinalor gefeitet. Gegen, äh, sagst du es mir, Rough Riders. Und anscheinend gegen PD und FIB. Also fast gegen den ganzen Server haben wir geschossen. Habt ihr, aber ihr habt gewonnen anscheinend. Ja.